In den Kommentatorenplätzen, es ist alles bereit für ein hoffentlich spannendes Spiel. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Heute geht es für RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Treffsicher sind Sie ja, das wollen Sie sicher auch heute vor den eigenen Fans zeigen. Und Sie haben natürlich auch in dieser Partie beste Chancen. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Jetzt geht's los, liebe Zuschauer. Anstoß Leipzig. Augusta. Super Pass. Weiter gefährlich. Und jetzt ist der Ball geklärt. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Sané. Chance zur Führung. Und Tor. Das könnte noch ganz wichtig sein. Erstmal die Führung. Die haben die Oberhand. Der Treffer aus ganz kurzer Entfernung, Buschi. Ja, da hat er sich gut bewegt und geahnt, wo der Ball hinkommt. Das Tor selbst ist dann hintergeworfen. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Nico Elwedi. Le Cue. Goretzka. Kampel. Schöne Aktion. Und jetzt die Chance. Da können Sie erstmal klären. Kevin Kampel. Jetzt eine gute Flanke. Erstmal keine Gefahr. Gibt Einwurf. Der Kopfball geht ins Seitenhaus. Werner. Winter. Da trennt er ihn vom Ball. Gut geklärt. Das war wichtig. Ibrahima Traoré. Clea. Super dazwischen gegangen. Ibrahima Traoré. Klasse Zuspiel. Die Möglichkeit zu flanken. Ball kommt flach. Augusta. Jetzt vielleicht. Das ist noch gefährlich. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Also das war natürlich eine tolle Parade. Da musst du erstmal rankommen. Vielversprechender Angriff. Aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Keine Gefahr. Die Flanke wird abgeblockt. Sané. Sané. Kramer. Er spielt den Pass auf den Flügel. Gutes Stellungsspiel. Und so holt er sich den Ball. Kewig. Er kann ihn reinbringen. Klasse, wie er das gelöst hat. Da wäre Platz für den Konter. Gladbach über den Flügel jetzt. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Könnte der Ausgleich werden? Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich. Was für ein Reflex. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Da kommt die Ecke. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Und nun ein Schuss. Aus dem Schuss wird keine richtige Chance. Dafür ist er einfach zu hoch. Goretzka. Kampel. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Werner. Der Ball geht deutlich neben das Tor. Der Ball ist erstmal raus. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Kampel. Le Cue. Das frühe Pressing jetzt. Kampel. Augustin. Hereingabe jetzt. Das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Kampel. Und das gibt Eckball. Der Ball kommt rein. Boah, wie hat er den denn gerettet. Ganz starker Einsatz. Auf der Linie kommt er an den Ball. Einwurf für RB Leipzig. Ginter. Ziemlich defensiv, was sie da im Moment machen. Die rühren da hinten ziemlich beton an. Brand. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Ginter. Goretzka. Augustin. Da zieht er ab. Das Tor sollte er erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Mit dem Vollspann. Klasse gemacht. Jetzt steht es 2 zu 0. Das dürfte ihn Ruhe geben. Kramer. Le Kuh. Clea. Ibrahima Traoré. Da passt er auf und geht dazwischen. Zwei Minuten werden nachgespielt. Werner. Tor. Er macht ihn mit dem Kopf. Das Tor hat er richtig gut gemacht. Sieht man hier auch nochmal in der Wiederholung. Tolles Timing bei diesem Kopfball. Das macht er richtig gut. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Ob diese Partie wirklich nochmal spannend wird. Für den Moment steht es hier 3 zu 0. Momentan sitzt sie vorne, aber sie müssen weiter Gas geben. Wieder. Jetzt geht's los, liebe Zuschauer. Klar, es sind noch 45 Minuten zu gehen, aber sie waren so überlegen in der ersten Hälfte. Das müssen sie eigentlich packen. Le Kue. Sehr guter Einsatz. Und da ist der Ball wieder. Macht er ihn. Kein guter Abschluss hier. Kimmich. Brandt. Goretzka. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Gefährlich. Unglaubiges Tor. Was für ein Hammer. Ein Traumtor. Ein Wahnsinnsschuss aus dieser Entfernung. Keine Chance für die Torhüter. Was für ein Traumtor. Da haben sie ihm viel zu viel Platz gelassen. Und dabei ist er doch für seine Tore aus der Distanz bekannt. Was für ein Schuss aus so einer Entfernung. Was für ein Tor. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Ibrahima Traoré. Brandt. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte Gelb geben. Das ist Gelb für Kramer. Das war natürlich mit viel Risiko. Mit zu viel Risiko. Keine andere Option für den Referee. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Niko Elwedi. Lang. Wir sehen hier das nächste Spiel der Gladbacher eingeblendet. Buschi. Ja, es geht gegen die Hertha. Im nächsten Bundesland. Schießt er ihn rein. Schwacher Abschluss. Da hat er den Ball nicht voll erwischt. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Goretzka. Da kommt der Pass. Steil gespielt. Gute Idee. Und nun ein Schuss. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Jetzt könnte der Pass kommen. Flagge jetzt. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erst mal weg. Abwehrverbund steht hinten drin. Jetzt lassen sie sie erst mal kommen. Super dazwischen gegangen. Player. Le Kue. Das war sehr gut. Und er schießt. Da hat er kaum was gestimmt. Ball geht weit vorbei. Abhaken. Spielerwechsel jetzt also bei Borussia Mönchengladbach. Na, der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen. Gut aufgepasst. Da kommt er an den Ball. Das gibt jetzt Abstoß. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Sie haben richtig Mühe mit ihm heute. Er kommt immer wieder zum Abschluss. Ganz souverän hier vom Torhüter. Kampel. Davy Selke. Kimmich. Da kommt die Hereingabe. Gefahr erst mal bereinigt nach dieser Hereingabe. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Kramer. Player. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Das war einfach. Und er hat den Ball. Da ist die Flanke. Da können sie erst mal klären. Christoph Kramer. Abwehr hat aufgepasst. Tolles Zuspiel. Da schickt er den Mitspieler. Er ist hier völlig blank, aber kein Tor. Sommer ist da. Klasse pariert vom Schweizer. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Ibrahima Traoré. Ja, abseits. Richtig. Spielerwechsel jetzt also bei Borussia Mönchengladbach. Ja, er soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. Süle. Zehn Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Werner. Das könnte gefährlich werden. Defensive ist gut organisiert. Da kommen sie nur schwer durch. Die Gäste werden wechseln. Mitspieler frei. Jetzt kann der Pass kommen. Jetzt schießt er. Timo Werner. Kein guter Abschluss hier. Kramer. Winter. Timo Werner. Da ist die Flanke. Da kommt niemand dran. Schade. Da war sicher mehr drin. Spielerwechsel jetzt also bei Borussia Mönchengladbach. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihr Spiel hat. Zwei Minuten werden nachgespielt. Jetzt ist die Kugel weg. Goretzka. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Der Schiedsrichter pfeift ab. Das war's. Der Sieger des heutigen Spiels heißt also RB Leipzig. Eine einseitige Partie heute. Der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Sie haben dem Spiel den berühmt-berüchtigten Stempel aufgedrückt und der Gegner konnte damit nicht umgehen. Guter Auftritt, verdienter Sieg für Sie. Sie haben heute wieder mal gezeigt, wie stark Sie vor allem in der Offensive sind. loyalty donte Sunday. Dick muss Apollo Wasser in oderadores essen. Der Bergschutz.